Egal wo wir fotografieren und wenn, wer von der Linz ist, ob als australische Prominenz, Hollywoodstars oder erst aus Irland Prominente, jeder, wenn man sagt, dass wir Ehrenbotschafter von Jane Goodall sind, funkeln gleich die Augen und jeder kennt sie. Also es ist nie irgendwo ein Bedarf, sie vorzustehen oder sie zu präsentieren. Jane ist für mich eine klassische Wiederdame wie aus dem Lehrbuch und sie hat noch dazu Powerplanet Mars auf ihrer Sonne, das heißt sie hat eine enorme Willenskraft und einen Kampfgeist und sie setzt sich für das Gute ein und vor allem sie hat ein wahnsinnig großes Herz. Jeder sollte Jane sein, jeder sollte ein bisschen was weitergeben, jeder für sich kann etwas ändern.